Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es ein Video, das ihr euch gewünscht habt. Ich habe so lauthals verkündet, welche Übungen am gefährlichsten sind und auch welche Übung am ungesündesten sind. Die Ecke ist nicht mehr frei, nehmen wir die. Und damit habe ich natürlich sehr viel Worte gelassen, die viele Übungen, die bei euch auf der Favoritenliste sind, in ein recht schlechtes Licht drücken. Dabei möchte ich eine Anmerkung noch geben, bevor ich die ständig bei den Kommentaren korrigieren muss oder darauf hinweisen muss. Nur weil eine Übung gefährlich ist und ich auf das Gefährliche hinweise, heißt das noch lange nicht, streicht diese auf jeden Fall. Und das heißt auch nicht, dass sie nicht effektiv ist fürs Bodybuilding oder dass man sie nicht benutzen soll. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, zu eurer Verteidigung, wenn ihr das vermutet, man kann ja nicht alle Videos auf meinem Kanal gesehen haben. Und es gibt eine Kombination von mehreren Videos, die ich an dieser Stelle empfehlen kann, findet ihr unten in der Infobox, wenn ich daran gedacht habe, das zu verlinken. Da habt ihr zum Beispiel ein Video, wo ich darüber spreche, dass das grundsätzlich das Bodybuilding, das reine Bodybuilding, das heißt Hubbel unter die Haut generieren, kein Sport der Gesundheit ist. Das heißt, das ist hier gar keine Prämisse, dass wir besonders gesund sind. Heißt nicht, wir können so ungesund sein, wie wir wollen, um Gottes Willen, man darf es nicht immer direkt ins Gegenteil auslegen. Aber zumindest ist das keine Priorität, wenn ich einen kosmetischen Eingriff an meinem Körper mache, nämlich, dass ich Muskeln dazu gewinne, die per se schon nicht sinnvoll sind. Von der Natur her, in den meisten Sportarten, bei den meisten Bewegungen braucht ihr keine Muskelmasse. Muskelmasse ist eher im Weg, Kraft ja und natürlich eine gewisse Geschwindigkeit und Muskelkontrolle, aber eigentlich Masse überhaupt nicht. Das ist eine kosmetische Sache, das ist eigentlich schon ziemlich bekloppt und damit eigentlich auch schon mal per se kein Gesundheitsding und auch kein Gesundheitssport. Das muss man berechnen, das ist die eine Seite und die andere, wenn wir das schon vorausnehmen, dann merken wir auch direkt, ja, das heißt dann nicht, dass eine gefährliche oder eine ungesunde Übung nicht mehr aufgenommen werden darf, starkt das natürlich auch nichts über die Effizienz aus. Es kann sein, dass diese gefährliche Übung wahnsinnig effizient ist. Kann passieren. Und es gibt auch Übungen, die ich trotzdem mache. Wie ihr es auch schon aus den Videos entnommen habt, habe ich oft gesagt, das ist meine Lieblingsübung oder die mache ich auch sehr gerne. Weise aber darauf hin, sie sind weder besonders ungefährlich noch besonders gesund. Gut, also bedenkt das bitte noch einmal für diejenigen, die die Videos gesehen haben. Und jetzt kommen wir zu Videos, die ihr euch gewünscht habt, zu HAUF. Unter den Kommentaren stand, bitte zeigt doch mal Alternativen auf und hier kommen wir zu einer ersten Alternative. Und zwar für unsere aller Königsdisziplin, dem Bankdrücken. Was gibt es neben der absoluten, und die Königsdisziplin besteht nun mal daraus, Bankdrückleistung? Was gibt es da für Alternativen? Nämlich die normale Flachbank mit einer freien Langhandel, für die wir vielleicht nicht mal einen Spotter haben, weil wir alleine trainieren. Und das sind jetzt schon bereits die ersten Einschränkungen, die ich geben muss. Ich weiß nicht genau natürlich, wofür ihr die Alternative sucht. Gefährlich, habe ich gesagt, ist es vor allem ohne Spotter. Also braucht ihr vielleicht die Alternative zu einem Spotter. Und da befinden wir uns gleich. Das hier kann ich jedem empfehlen, bei dem es vor allem an der Gefahr liegt, nicht an dem Ungesunden. Also nicht, wenn er Schulterprobleme bekommt, weil beim Ungesund-Video war es bei mir auch nicht drin. Aber für den es zu gefährlich ist, das, da bis zum Muskelversagen zu gehen und das ohne Spotter, der kann im Power Rack wunderbar was machen. Probiert es einmal aus, denn hier könnt ihr die natürlich ein Stück niedriger stellen, sodass ihr unten startet. Wenn man unten startet, hat das auch einen gewissen Vorteil, ihr könnt langsam in die Kraftleistung reingehen und werdet hier nicht übermannt. Da, wo es am schwersten ist, startet ihr gleich. Und so könnt ihr hervorragend das Gewicht auch einfach fallen lassen und bis zum Letzten gehen, denn ihr seid immer geschützt durch die beiden Balken hier. Das könntet ihr ja mal ausprobieren. Wenn ihr grundsätzlich ein Problem habt mit der Handstellung, mit der Stange, mit dem Freien, mit den Schultern, dann müsst ihr eher variieren in dem Bewegungsablauf. Und das machen wir mit anderen Möglichkeiten. So zum Beispiel natürlich mit Kurzhanteln. Hier gibt es Vor- wie Nachteile. Kurzhanteln können auch viel ungesünder sein. Denn wenn ihr das mit recht hohem Gewicht macht und die Überlagerung nicht schafft, dann ist das recht gefährlich. Schaut euch dazu nochmal meine ausführlichen Bemerkungen zum Schulterdrücken an. Das ist ähnlich. Ihr müsst die Kurzhanteln übersetzen und das Übersetzen findet nicht mit dem Zielmuskel statt, sondern mit vielen kleineren Muskeln. Der Bizeps ist ein bisschen drin, die Unterarme sind ein bisschen drin, die Schulter muss das ein bisschen ausbranziehen. Und bis ihr da seid und die 50er Keulen hochbekommen habt, nun ja, bis dahin könnt ihr euch schon eine ganze Menge zugezogen haben. Kann also auch schlimmer enden. Genauso wie, dass es bei manchen mehr auf die Schultern geht, weil die jetzt auch einzeln nun mal ran müssen. Aber was hier gesünder sein kann und besser sein kann, ist, dass ihr alleine die Variationen drin habt, euer Handgelenk so zu halten, wie ihr wollt. Ihr werdet nicht reingezwungen, dadurch, dass die Stange nun mal euer Handgelenkstellung vorgibt. Ihr könnt sie halten, wie ihr wollt. Ihr könnt ungefähr so runtergehen, wie ihr wollt und ihr könnt das Ganze einzeln bedienen. Das macht es wiederum besser. Probiert es einfach aus. Hier geht es leider nur Try and Error, probieren, überstudieren. Und natürlich, was man schlechter ausprobieren kann, sind die Langzeitfolgen bei ungesunden Übungen. Da könnt ihr aber auf Nummer sicher gehen mit Maschinen aller Art, wie diese hier zum Beispiel. Hier ist auch der Bewegungsradius vorgegeben. Das heißt, ihr könnt sie auch hier im Gegensatz zu allen anderen freien Übungen viel leichter einfach fallen lassen. Und ihr könnt euch genau so reinsetzen, wie ihr es für richtig haltet. Nachteil dabei wiederum, weil es ein vorgegebener Bewegungsradius ist, ist der nicht auf jeden Körper gleich zugeschnitten. Es kann sein, dass der eine eine Maschine super findet und das perfekt zu seiner Anatomie, zu seinem Körper passt und der andere sagt, geht überhaupt nicht, funktioniert nicht, spüre ich auch gar nicht in der Brust und habe gar kein gutes Gefühl dabei. Deswegen auch hier ausprobieren, auch mehrere verschiedene Maschinen. Viele fragen mich immer wieder, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Maschine und der anderen? Oft sind es relativ gleiche, nur einfach, es ist einfach eine verschiedene Bewegung. Hier zum Beispiel ist die schräg angeordnet, das kann man natürlich auch irgendwie im Liegen anordnen oder im Sitzen gibt es das Ganze und dann natürlich in allen Variationen. Hier haben wir jetzt eine Schrägbankvariation und so kann man einfach mal gucken, was im Prinzip zu einem passt. Auch unilateral, so wie diese hier, oder lieber lateral, also oder lieber beide gleichzeitig zu drücken. Da kann man es natürlich auch ausprobieren. Das Gleiche gilt natürlich für die Multipresse. Auch an der Multipresse könnt ihr es natürlich ähnlich machen wie im Power Rack, was ich gerade gezeigt habe, nur hier habt ihr noch zusätzlich den vorgegebenen Bewegungsradius. Auch den kann man als Maschine missbrauchen. Hier habt ihr nur wieder die Handgelenke natürlich in einer Reihe, aber wem das nichts ausmacht, der kann hiermit auch vielleicht genau die Übungen finden, die auf ihn zugeschnitten sind. All das sind Alternativen. Dann gibt es natürlich die Isolationsübungen, aber die möchte ich jetzt nicht als Alternative nennen zur Bankdrückdisziplin, denn die zeichnet sich ja dadurch aus, dass es nun mal die Mehrgelenksübung für die Brust ist. Natürlich könnt ihr dadurch durch die Isolationsübungen auch den Muskel vorerschöpfen, wodurch ihr weniger Gewicht bei den Grundübungen nehmen müsst. Auch daran ist zu denken, das ist aber eher eine Strategie oder eine Taktik, wie auch immer ihr es nennen mögt. Das heißt, wenn ihr normalerweise ein Gewicht braucht, um die Brust akkurat zu reizen und weil ihr einfach schon fortgeschritten seid, bei dem ihr mit sechs oder acht oder selbst zehn Wiederholungen über 100 Kilo nehmt, das heißt auch wirklich vielleicht sogar über euer Körpergewicht hinaus, dann ist das schon eine ganze Menge für die Schultern. So oder so, ob ihr kräftig seid oder nicht, Skelettskultur ist bei meisten Leuten einfach gleich und die Sehnen sind ebenfalls gleich dünn. Die kann man sich nicht unbedingt dicker trainieren. Insofern macht das da eigentlich relativ wenig Unterschied und insofern solltet ihr einfach versuchen, diese nicht zu stark zu belasten. Und wenn ihr nun mal so viel Gewicht jetzt auf einmal benutzen müsst, macht vorher vielleicht einfach mal Butterfly. Dann sind die Brustmuskeln vorermüdet und wenn ihr dann ans Bankdrücken rangeht, dann schafft ihr vielleicht nur noch 20, vielleicht sogar 30 Kilo weniger. Das macht schon eine ganze Menge aus und das gilt für viele Ersatzübungen. Das ist Trick 17. Es kommt darauf an, an welcher Stelle eures Trainings ihr die Übung macht und mit wie viel Gewicht ihr das Ganze beladen müsst. Denn, wie gesagt, für die Gelenke ist das Gewicht eigentlich im Verhältnis immer das gleiche. Nur für eure Muskeln, nicht da die mitwachsen. Ich hoffe, das hat euch was gebracht, dieser kleine Einblick. Leider endet er so, dass ich euch sagen muss, probiert viel aus. Und dadurch, kann ich nur noch mal betonen, könnt ihr natürlich höchstens die Gefahr so ein bisschen abwenden. Nicht aber unbedingt den ungesunden Teil. Da müsst ihr euch wirklich gut reinfinden. Und naja, wenn ihr irgendwo eine schlechte Intuition, ein schlechtes Gefühl bei habt, hoffentlich könnt ihr das abwenden. Ansonsten werdet ihr es erst viel später merken. Merkt euch, der Sport ist nicht unbedingt Gesundheitssport. Und wenn ihr den so richtig betreiben wollt und darin Fortschritte macht, dann bleibt das nicht aus, dass man gewisse Risiken eingeht und erst Jahre später merkt, dass man etwas davonträgt. Aber zumindest habt ihr hier ein paar Sachen an die Hand bekommen. Wem das Ganze gefallen hat, lasst es mich wissen. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Schaut euch mal die anderen Videos an. Hier gibt es viele wertvolle Tipps und ich muss oft schon auf andere Videos verweisen. Und deswegen tobt euch da ordentlich aus. Und wer mal sehen möchte, wie ich so ein richtiges Brusttraining angehe, wie ich bis zum Muskelversagen gehe, wie ich die Übungen aufeinander aufbaue, welche Pausenzeiten ich lasse, wie viele Wiederholungen ich mache und so weiter, der findet das Ganze hier und kann sich mal ein bisschen Inspiration holen. Und das Ganze in Echtzeit, ich weiß nicht, ist nicht unbedingt was für jedermann, aber wer da einfach mal eine Inspiration haben möchte, wie ich trainiere, jenseits von diesen sehr belehrenden Videos, der findet es da. Ansonsten schaut bei Protein Arena vorbei, holt euch eure Supplements und das für 15% weniger. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald, euer Gotti.